Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Grimeiche anzunehmen bei Denalan in Deldrasil an dieser Position. Vorquest ist soweit ich weiß Rückkehr zu Denalan und dieser Grimeiche den man töten soll ist soweit ich weiß Elite und Stufe 12 glaube ich. Sollte man also besser in einer Gruppe machen. Ich werde es alleine versuchen. Ich werde nun in die Nähe von ihm laufen und euch dann zeigen wo er sich befindet und natürlich auch wie ich versuche ihn zu töten, vielleicht schaffe ich es. Aber wie gesagt, ich empfehle euch eine Gruppe zu machen. Vor allen Dingen wenn ihr unter Stufe 11 seid. Also wir sehen uns wenn ich kurz vor Grimeiche bin. Bis gleich! Dauert nicht mehr lange, dann bin ich in seiner Nähe. Falls ihr meinen Kanal ein bisschen supporten wollt, dürft ihr ihn gerne abonnieren und oder diesem Video einen Daumen hoch geben. Würde mich sehr freuen. Ich bin nun einfach diesem Wasser entlang gefolgt bzw. dieses Wasser entlang gelaufen bis zu dieser Position und von da habe ich eh aufgenommen. Das sind auch noch andere Mops. Sollte man am besten töten, weil schlimmer ist es, wenn sie im Kampf erden, dann hat man so gut wie gar keine Chance. Die Twin ist auch schon Grimeiche. Elite Stufe 9. Ich glaube ich habe am Anfang gesagt Stufe 12. Da habe ich mich enttäuscht, Entschuldigung. Aber Stufe 9 ist auch noch nicht ohne als Elite. Mal schauen ob ich den Mob alleine pullen kann. Ja, habe ich geschafft und danach kommt Grimeiche selbst dran. Was habe ich als Buffs? Habe ich irgendwelche Buffs? Willenskraft. Was soll's? So. Habe ich überhaupt die Map aufgemacht? Ja, ich habe die Map aufgemacht. Aber zur Sicherheit hier bin ich. So. Nun geht's ab in den Kampf. Leben ist voll. Attacke. Ich schleiche mich an. Habe noch kein Täuschungsskill. Aber ich greife einfach mit Finster Stoß an. Mach Entwinnen an. Was ist so viel Leben gleich abgezogen? Nutzen Heiltrank. Also wie gesagt, ich empfehle euch eine Gruppe. Oh Entwinnen endet, Entwinnen endet. Nicht gut, Entwinnen. Oh, jetzt halte ich ein bisschen mehr raus. Ja, 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 ja. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Hm. Hu. Looter nicht vergessen. Denn man benötigt das Item riesengroßer Tumor. So. So. Nun geht's hinaus. Nun werde ich wieder dieses Gewässer in die Richtung verfolgen. Und wir sehen uns gleich wieder vor dem Abgabe NPC. Bis gleich. Da bin ich auch schon angekommen. Man muss zurück zu Denalan. Ich bin geehrt. Quest ist also abzugeben. Bei Denalan. Viel Glück. Intel Brasil. An dieser Position. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen. Seid gegrüßt. Eizocke. Ende.